Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Step by Step. Wir gehen auf die Folge 60 zu. Wir sind bei Folge 58, soweit ich es gerade richtig gesehen habe. Und diese Folge, wie schon in der letzten irgendwie ein bisschen so angekündigt und versprochen, beschäftigen wir uns wieder mit dem Badezimmer. Also, ja, aber das Badezimmer ist der vorletzte Raum da unten im Keller. Das heißt, in der nächsten Folge, ich glaube sogar in der nächsten Folge, geht es dann schon nach oben. Und hier im Badezimmer habe ich gerade die Badewanne von ihnen ausgewechselt und mache hier jetzt noch gerade ein bisschen was am Whirlpool rum. Ich sollte mal langsam endlich darauf kommen, dass ich hier Licht einfüge in den blöden Bad. Aber das mache ich noch nicht diese Folge. Ja, ansonsten machen wir das Badezimmer unten heute, wie schon gesagt. Und wir machen heute den Vorraum von der Garage. Und wir sind heute noch ein bisschen draußen unterwegs. Das habe ich ja auch schon angekündigt. Und dann ist das per sie für heute, für diese Folge. Und die nächste Folge machen wir dann auch wieder draußen ein bisschen was. Und das Erdgeschoss. Und ich muss echt sagen, so mittlerweile, ich habe mir angewöhnt, dass, wenn mein Freund Essen macht, ich Sims spiele. Und das klappt ganz gut, weil es mittlerweile, also zur Zeit jeden Tag ist. Das heißt, ich spiele jeden Tag fast so eine Stunde oder so Sims. Das heißt, ich habe einfach jetzt wieder ein ganz klein wenig Vorrat, was auch wichtig ist, da dann auch bald die Familie kommt. Dann sollte man vielleicht was da haben. Und das heißt, ihr müsst euch keine Sorgen machen, dass die Folgen jetzt doch nicht mehr kommen oder so. Also wir schaffen das schon irgendwie drei Folgen die Woche. Nur muss ich halt sagen, also gerade sind wieder die Ideen so ein bisschen, sie kommen, wenn ich baue quasi. Ich habe nur ein bisschen Angst, dass das wieder verschwindet, wenn ich die Flure mache oder so. Also Zimmer, die wirklich sehr, sehr schwierig zu gestalten sind, weil sie eben so, naja, wie sage ich das, so, weil halt nichts rein muss. Wisst ihr, also wenn man sagt, ja, das ist halt so, naja, was stellst du in den Flur? Wisst ihr, und das ist halt das Problem, dass das Haus doch sehr große Flure hat. Und da hat man halt manchmal so ein bisschen so keinen Plan, was man hinstellen soll. Aber hey, wir werden sehen, wie wir das machen. Das Badezimmer hier oben habe ich jetzt gerade noch ein paar Wände hinzugefügt, weil ich mir so ungefähr einteilen wollte, wo ich die Dusche machen wollte. Und jetzt kommen wir hier unten hin, weil die Dusche, dieses mit diesen schrägen Wänden, hatte ich erst hier unten. Nur fand ich das irgendwie im Sportzimmer ein ganz klein wenig unangebracht, eben weil ich finde, dass in einem Sportzimmer auch ab und zu mal mehrere Leute duschen. Ich habe jetzt hier zwei Duschen hingemacht. Das ist eigentlich relativ wenig, muss ich sagen. Aber es reicht gerade, so finde ich. Also für mich ist es so, dass wenn man in einem Sportzimmer ist, dann sollten auch mehrere Leute auch duschen können, weil es ja auch sein kann, dass eben mehrere Leute gleichzeitig Sport gemacht haben. Und deswegen wollte ich das ein bisschen auch so eingrenzen, dass es auch in Sims funktional ist, dass mehrere Leute duschen können. Das habe ich ja auch schon in der letzten Folge irgendwie erwähnt. Dass Sims es ja nicht leiden können, wenn andere Leute dort sind und beim Duschen spannen quasi. Egal, ob es bei mir mit jeder sind oder nicht. Zumindest war das in Sims 3 mal so. Ich weiß nicht, ob es in Sims 4 auch so ist. Jedenfalls habe ich mir gedacht, ja, ich mache dann hier halt so abgeschlossene Räume und da sollte es kein Problem mehr sein. Und habe die Duschen jetzt auch mal ein bisschen hochwertiger gemacht. Weil das Problem ist halt einfach, dass diese Duschen nicht super, super gerne benutzen. Also die Duschen, die freistehen sind, einfach so schlecht sind. Wisst ihr, was ich meine von den Werten? Und das ist ein bisschen nervig. Wie gesagt, ich wollte mich da wirklich wegen einem Mod umgucken. Ich habe auf jeden Fall einen Mod wegen Betten gefunden, aber wegen Duschen halt irgendwie noch nicht so sehr. Dementsprechend wäre es aber schön, wenn man die Steps von den Duschen ein bisschen höher machen könnte. Weil es eben einfach tatsächlich super doll nervt, dass man eigentlich gerne so freistehende Duschen hätte. Aber sie halt nicht immer verwenden kann, weil es einfach schlechte Werte hat. Das ist natürlich ein bisschen blöd, aber naja. So, die Duschen, die sind das mal jetzt so gebaut. Ich habe da gedacht, ich mache doch noch einen kleinen Tisch hin. Da mache ich dann auch gleich noch ein bisschen Deko drauf. Und an sich, das ist so, das ist jetzt auch nur ein Duschkass. Also da ist jetzt nicht viel zu sagen. Das passiert nicht viel. So, in dieses Bad habe ich tatsächlich jetzt zum ersten Mal keine Badewanne gemacht. Weil ich dachte, dass es hier nicht unbedingt sinnvoll ist, eine Badewanne reinzumachen. Weil ich denke, dass, ja eine Badewanne ist immer so, baden gehe ich, wenn ich mehr Zeit mitbringen möchte. Wisst ihr, baden ist für mich eine Sache, die soll gemütlich sein. Und baden ist so auch so ein bisschen so persönlich. Also da möchte ich auch nicht, dass eben jemand neben mir ist oder so. Und ich dachte mir, wenn man Sport macht und dann baden möchte, geht man doch eigentlich, wenn überhaupt, also da geht man dann eher in sein eigenes Zimmer oder in einen Raum, der nicht direkt dann eben, wo viele Leute noch nebenbei duschen ist. Wisst ihr, was ich meine? Deswegen dachte ich, eine Badewanne ist hier irgendwie unangebracht. Das macht irgendwie nicht so den Sinn. Und dementsprechend habe ich in dieses Badezimmer zum ersten Mal keine Badewanne gemacht, obwohl sie hätte Platz gehabt, wahrscheinlich. Aber ich dachte mir, mich nutzt den Platz lieber für solche Bänke, dass man sich hinsetzen kann. Ich finde, das sieht so ein bisschen mehr nach Gym-Badezimmer aus. Und das sollte es ja auch. Also es sollte funktional sein, Dusche, Klo. Und ja, ich denke, das passt so ganz gut. Möchte ich kurz überlegen. Genau, aber an sich eine Badewanne fand ich hier eher unpassend, muss ich dazu sagen. Deswegen habe ich es einfach direkt mal gelassen. Und ja, schauen wir mal, wo ich dann sonst noch... Also ich glaube auch, dass in den oberen Badezimmern im Erdgeschoss und im ersten Stock in den öffentlichen Badezimmern wahrscheinlich auch keine Badewanne reinkommt, weil eigentlich macht dort nicht mal eine Dusche Sinn. Ich meine, wer sollte denn dort baden gehen? Wenn man sein eigenes Badezimmer hat, braucht man ja jetzt nicht unbedingt baden in einem anderen. Deswegen mache ich dort einfach nur eine Dusche hin und hoffe, dass es klappt. Ja, aber ich finde halt, es ist so... Die Badezimmer sind halt ansonsten viel zu groß und ich weiß halt nicht, was ich da sonst reinmachen soll. Weil ein Klo und ein Waschbecken wäre schon ganz gut, wenn man das überall hätte. Dementsprechend mache ich dort auch eine Dusche hin. Man kann nie genug Duschen haben. Und mal schauen. So, hier das Badezimmer. Ich habe dann auch wieder ein bisschen mit Gras gearbeitet, mit Grünfläche und so, weil ich finde, das macht einfach immer ein bisschen was her. Wenn man so ein bisschen so Blumenkästen hat und so. Ich finde auch, wenn man so viel Platz in dem Raum hat und nicht weiß, was macht man da hin und so, dass solche Plattformen das einfach auch erstens viel, viel besser einteilen in den Raum. Und diese, wenn man dann halt so eine Plattform Blumenbeet macht, wie ich das hier gerade gemacht habe, das ist so ein bisschen platzführend auch. Und ich finde, das ist eine ganz gute Sache, wenn man damit den Platz föhnen kann und gleichzeitig sieht es dann halt irgendwie noch frischer und lebendiger aus. Das ist immer so eine gute Kombination. Dementsprechend, ja, mag ich ganz gerne diese Blumenbeete überall hin. So, dieses Badezimmer ist so ein bisschen innenfarben Holz. Also dieses helle Holz, was ihr gerade hier seht. Und, ja, so ein bisschen orange-gelblich gehalten. Auch mit Stein quasi, also Badezimmer, also Fliesen, das ist das Wichtige Wort. Und, ja, an sich ist es ein solides Badezimmer. Man kann da drin duschen. Man kann nach dem Sport da drin, ja, weiß ich nicht, sich wieder sauber machen, wenn man wieder stinkt oder so. Und ansonsten gibt es aber zu dem Badezimmer jetzt nicht so die Welt zu sagen. Ich dachte mir, da hinten mache ich auch so ein bisschen so eine Ablage fürs Klo. Die fand ich ganz süß. Passt farblich zum Waschbecken gedöhnt. Also zu dem, na, ihr wisst schon, zum, zum, wie heißt man das? Theke, Theke heißt das. Ich bin gerade schon wieder komplett verwirrt und alle so, oh, jetzt finden die die Worte nicht. Ja, manchmal, manchmal ist man einfach nur ein bisschen verwirrt. Ähm, genau. Pflanzen noch aufs Blumenbeet, das ist natürlich auch sehr wichtig. Habe ich wieder wie immer so ein paar genommen, die ich ständig nehme. So ein bisschen sowas, sowas Badiges, ne? So, so. Naja. Und später, das liegt aber an einer anderen Sache, und wird noch ein Fenster davon wegkommen. Das heißt, wir haben später nur noch ein Fenster hier. Das liegt daran, dass ich oben den Whirlpool nochmal verschoben habe. Aber dazu kommen wir in der nächsten Folge. Wie gesagt, es ändert sich immer so ein bisschen was. Aber im Großen und Ganzen werden wir langsam, aber sicher fertig. Und ich habe auch mittlerweile, also ich kann ja sagen, wo ich jetzt mittlerweile bin, ich habe mittlerweile den, ähm, den Wellnessraum gebaut, inklusive Bad. Und ich bin gerade am Flur, wobei ich den ersten Teil des Flurs beinahe fertig habe. Also den, der direkt am Wellnessraum grenzt, da wo auch der Fahrstuhl rauskommt. Und, ähm, ja, ich denke, so mittlerweile, so langsam gehen wir dann doch zielstrebig aufs Ende zu. Ähm, weil es halt auch einfach, ja, ich hoffe, dass es bald fertig wird, dass ich dann auch bald mich darum kümmern kann, ähm, das Vorstellungsvideo zu machen und die ganzen Familien vorzustellen, ist es immer noch eine Familie offen, die ich bauen muss. Ähm, aber... Ach, die Familie, die ich bauen muss, was rede ich hier? Eine Familie, die ich erstellen muss, ich bin schon wieder ganz durch. Fix und foxy, wisst ihr? Ähm, nee, aber langsam geht es wirklich voran. Wir kommen langsam auf, ähm, auf einen Wert, wo man sagen kann, man kann langsam daran denken, das Let's Play zu starten. Und, ähm, ich hoffe, dass die Leute, die jetzt hier beim Bauen mit zugucken, dann auch beim Let's Play wieder dabei sind. Ähm, weil ich glaube, das sind halt manchmal auch so ein bisschen so unterschiedliche Sachen, ne? Ich weiß, dass die meisten wegen des Let's Plays auf meinem Kanal, also meinen Kanal abonniert haben. Ich weiß aber auch, dass, ähm, beispielsweise bin ich eben so, es Leute gibt, die nur Bauen interessiert. Und ich weiß nicht, ob sie so ein Step-by-Step, was jetzt mittlerweile über 60 Folgen geht, interessiert. Weil normalerweise sind es Step-by-Step, oder sollten sie ein bisschen kürzer sein, vielleicht zu 10 Folgen maximal. Wir sind jetzt hier schon bei 60 und wir gehen mindestens auf die 70 oder 80 hin. Ähm, aber wahrscheinlich, ich schätze, ich gebe jetzt mal eine grobe Schätzung ab, ich schätze, dass wir 75 bis 80 Folgen brauchen werden und dann sind wir dann. Das heißt, wir kommen doch nicht an die 100. Das ist schon mal, ist schon mal ein gutes Ding, hoffe ich, dass, äh, naja. Ähm, und, ähm, ja. Ich hoffe, dass wir es dann aber auch endgültig geschafft haben, dass ich dann mit dem Haus zufrieden bin, dass das Haus noch spielbar ist. Und, ähm, ja, wir schauen mal. Ich weiß auch nicht, ob ich fürs Spielen dann eventuell die Grafikeinstellung ein bisschen runterdrehen muss auf 1080p, weil ich, äh, nicht weiß, ob es unter den Voraussetzungen so gut laufen wird. Aber wir werden sehen. Und, ähm, ich glaube, es ist grundsätzlich auch egal, ob das nur ein Ultra HD oder 4K läuft. Ich glaube, die wenigsten werden es eh in 4K schauen. Zumindest bin ich so jemand, der, also wenn ich Sachen am Handy gucke, mich interessiert es eigentlich nicht, ob es 4K gibt oder nicht. Das ist für mich einfach komplett uninteressant. Aber vielleicht gibt es ja so Leute, die da wirklich dahinter sind. Ähm, ich bin es nicht. Aber ich wollte schon ganz gerne Verkehr aufnehmen, aber ich glaube, es macht nicht den großen Unterschied, ob nur ein 4K oder Ultra HD. Ich glaube, dieses Detail wird jetzt die Leute nicht vom Schauen abhalten. Ich glaube, das macht dann eher das Kommentar oder so. Ich habe keine Ahnung. Aber ihr wisst, glaube ich, was ich meine. Das ist, huch, ich muss schon wieder mit meiner Faust auf den Tisch. Das ist ganz wichtig, dass ich hier wieder artikuliere und fuchtle, während ich rede. Das ist einfach so, das ist unabdingbar. Nee, aber, ähm, ich glaube, ihr wisst, was ich meine. Und, ähm, ja, schauen wir mal, wie das Ganze wird. Ein kleiner Korb wird noch hingestellt, ein Wäschekorb, weil ich glaube, wenn man sagt, obwohl, mir fällt gerade auf, eher meine Überlegung während des Bauens war, ähm, ja, wenn man hier Sachen lässt, wenn man sie schmutzig gemacht wird, äh, oh Gott, also ich bin wieder komplett durchgemerkt, dass, nein, wenn man sich schmutzig macht oder so stinkend macht, während man so viel Sport macht, ja, weil da schwitzt man und das ist dann, also die Sachen halt, die würde ich am nächsten Tag nicht mehr anziehen, würde ich hier die Sachen direkt nah am Duschen quasi in den Wäschekorb tun. Mein Problem ist noch gerade, das war meine Überlegung, ja, meine Überlegung war, hm, man macht sie schmutzig, Sachen in den Wäschekorb, also hier muss ein Wäschekorb hin. Nur, wie geht man dann wieder in sein eigenes Zimmer? Ich meine, man hat ja dann nichts mehr an. Oder hat man sich die Sachen mitgebracht? Ich weiß es nicht. Jedenfalls steht da jetzt in den Wäschekorb, ob der so viel Sinn macht. Als ich gebaut habe, dachte ich, der macht super viel Sinn. Wenn ich jetzt darüber nachdenke, denke ich irgendwie, er macht keinen Sinn mehr. Aber ist ja auch egal. Wie sagt der Wendler so schön? Egal. Deswegen steht da jetzt in den Wäschekorb. So, hier machen wir noch ein bisschen Dekoration, das auf diese Regale, die finde ich ganz süß. Das mache ich irgendwie so, immer so ein bisschen so, aber ich habe immer das Gefühl, ich mache immer und wieder dieselbe Baddeko. Es ist immer das Gleiche. Bademäntel, ein paar Pflanzen, Handtücher und Seife. Ja, aber gut, was willst du sonst in ein Badezimmer machen? Das ist halt die Frage. Aber irgendwie ist es bei mir eh mehr dasselbe. Wir brauchen einfach, und das ist ein bisschen schade, dass ich ohne CC, also da finde ich es wirklich schade, dass ich ohne CC spiele. Weil ich würde wirklich gerne so Max-This-Match Bad- und Küchendeko röteln. Das wäre eigentlich ganz cool, weil ich finde, davon hat man einfach zu wenig. Man richtet so viele Bäder und Küchen ein. Das ist einfach so eine Sache, die brauchst du in jedem Haus. In jedem Haus ist es wichtig und ja, einfach unabhängbar, dass man ein Bad und eine Küche einrichtet. Meistens mehrere Bäder sogar. Und dafür hast du einfach meiner Meinung nach zu wenig Deko. Aber ich bin ja auch so jemand, der Anti-CC ist. Das habe ich auch schon mal gesagt. Dementsprechend wird das wohl nichts. Aber langsam ist es dann halt einfach so, dass man sich sagt, es wird langsam langweilig mit der ganzen Deko. Dementsprechend, naja gut, müssen wir jetzt mit leben. Und jetzt machen wir hier wieder die die Wände. Ich dachte, wir benutzen mal so eine Steinwand. Diese, die ihr im Hintergrund seht. Und ich finde, das sieht eigentlich ganz passend aus. Dieses Grau mit dem hellen Holz, das hat irgendwie so ein bisschen Stil. Ich werde das Holz, den Holzboden da unten noch ein bisschen heller machen. Gleich. So eher in der Farbe zur Wand. Und also genau so. Und dann sind wir eigentlich auch durch mit dem Badezimmer. Ich glaube, das war's. Ich glaube, hier kommt jetzt nichts mehr hin. Zumindest erinnere ich mich jetzt nicht mehr so ganz genau. Ne, wir sind anscheinend fertig. Und dann gehen wir gleich zur Garage. Und die Garage habe ich mir so ein bisschen also den Vorraum. Ich wusste nicht so ganz genau, was möchte ich hier in den Vorraum machen. Es war immer so eine geteilte Meinung zwischen wir machen hier Oh, jetzt ändere ich hier gerade noch was, aber wir werden gleich sehen. In den Vorraum, da war immer so eine geteilte Meinung zwischen wir machen hier eine Sitzgelegenheit hin, weil immerhin ist es der Raum, in dem du mit dem Fahrstuhl fährst, wenn du von oben kommst. Und meine zweite Meinung war einfach so ein bisschen so wir stellen hier ein paar Fahrräder aus auf jeden Fall. Also so Dinge, die man benutzt, also die man wirklich braucht, mit denen man sich fortbewegt. Also Fahrräder und wie heißen die? Snowboards und Skier. Wie nennt man die denn? Skier? Skier? Also das, womit man Ski fährt. Wie nennt man die? Ja, es ist egal. Ich glaube, ihr wisst genau, was ich meine. Das wollte ich eigentlich hinmachen, nur hatte ich ein bisschen das Problem, dafür war es zu klein wieder für Sitzgelegenheit und Skier. Zumindest coole Sitzgelegenheit mit Sofa und so. Und dann gab es so ein bisschen das Problem, das muss ich jetzt auch sagen, dass die Skier nicht so, ich glaube in Sims 3 gab es auch Snowboards und sowas, aber die konnte man und Skateboards glaube ich oder irgendwie sowas und die konnte man an die Wand hängen. Und das hatte ich mir für Sims 4 auch gewünscht, weil die in Sims 4 kann man, soweit ich das mitbekommen habe, nur auf den Boden legen. Und wir sind hier in diesem Haushalt sechs Personen. Und sechs Skier und sechs Snowboards auf den Boden zu legen, sieht einfach, und das muss ich jetzt mal sagen, merkwürdig aus. Das sieht komisch aus. Dementsprechend habe ich es einfach gelassen, weil das hat einfach, das war komisch. Ich habe, ich glaube sieben oder so Fahrräder hinbekommen, auch tatsächlich. Also Fahrräder gibt es genug. Wahrscheinlich, ich weiß nicht genau, wie viele es sind, sechs oder sieben, irgendwie so. Aber Skier und Snowboards gingen leider nicht so gut. Ich habe dann so ein bisschen Deko-Objekt hingestellt. Ich hatte auch überlegt, ob ich die vielleicht irgendwie, also ich kann sie auch leider nicht mit dem Höhenverstell Dingens hoch machen, weil irgendwie funktioniert es nicht so ganz. Da ist das Spiel wahrscheinlich ein bisschen dagegen. Und das ist ganz merkwürdig. Also es ist leider so, dass jetzt hier nicht genug Skier und Snowboards vorhanden sind. Vielleicht kann man die, wenn man spielt, ins Inventar packen. Das weiß ich nicht genau, dass man das trotzdem besitzt, mit der Familie. Aber es war ein bisschen schwierig. So und jetzt seht ihr gleich mein Dilemma quasi. Ich habe aber diese, diese Deko-Objekte, diese Skierständer habe ich gelassen. Skier und Snowboard. Weil ich dachte, dann tut man wenigstens so, als besitzte man das. Wisst ihr, was ich meine? So und da habe ich natürlich mir wieder überlegt, wie dekorierst du das? Wie dekorierst du das? Also die Dinger, die ich jetzt hier im Hintergrund habe, die sahen mit so heftig aus. Deswegen habe ich wieder meine altbewährten Stöckchen benutzt, also die Dinger. Und habe hier auch wieder ein bisschen auf Asymmetrie gesetzt. Sehr viel in einem Haus ist ja sehr symmetrisch geworden. Also vor allem so die Schlafzimmer, die Betten. Shirley's Bett, Isen's Bett, das Bett vom Au-pair, das Schlafzimmer, also das Bett von Nathan und Joan. Die sind alle sehr, 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 sehr symmetrisch. Und das nervt mich, um ehrlich zu sein, ein bisschen, weil ich mag Asymmetrie in einem gewissen Punkt sehr, sehr gerne. Deswegen habe ich das beim Butler auch gemacht. Problematisch ist, dass ich nicht so unbedingt viele Ideen hatte, wie ich Asymmetrie umsetzen kann, dass es auch wirklich hochwertig aussieht. Deswegen war es auch immer symmetrisch. Das konnte ich ganz gut, glaube ich. Aber Asymmetrie hochwertig umzusetzen, fand ich immer ein bisschen schwierig. Und dementsprechend, ja, habe ich mich dann dafür entschieden, alle Schlafzimmer irgendwie symmetrisch zu machen. Aber dafür muss ich im restlichen Haus jetzt ein bisschen was unsymmetrisch machen. So, und da seht ihr mein Dilemma, ne? Ich kann leider nicht irgendwie so viele Skiers dahin stellen, weil das sieht komisch aus, wenn ich einfach fünf oder sechs Snowboards nebeneinander und sechs Skier auf den Boden lege und das, keine Ahnung, das wäre irgendwie strange. So. Ich habe mich letztendlich dazu entschieden, hier aber Sachen auszustellen, die man, naja, die man halt so besitzt, ne? Und Fahrzeuge quasi. Das Ganze ist ja sowieso nur eine Show, dieses ganze Haus und so. Und wir wollen zeigen, wie viel Geld wir haben und so weiter, ne? Und dementsprechend habe ich mich dazu entschieden, ja auch Boote hinzumachen. Ich weiß nicht, ob man die benutzen kann. Ich weiß es wirklich nicht, weil das sind ja eigentlich Boote für das Inselpack, wenn man quasi auf so einem Strandgrundstück wohnt, dass man da eben mit einem Boot fahren kann. Ich weiß nicht, ob wenn man jetzt zum Beispiel zum Strand reist, man die Boote mitnehmen kann. Da habe ich wirklich keinen Plan. Dafür bin ich einfach ein zu unerfahrener Spieler. Aber ich dachte mir, okay, man besitzt diese Boote wenigstens, um zu zeigen, das haben wir. Und deswegen habe ich auch die Garage noch ein bisschen vergrößert, also diesen Vorraum, damit man die Boote da hinten noch ausstellen kann und ich noch genug Platz für Fahrräder habe. Und ich habe insgesamt vier Boote hier hingestellt, weil ich finde, ja, man muss auch ein bisschen das Zeug haben, man muss Sachen besitzen. Und habe mich dann hier einfach noch entschieden, dass ich vier solche Jet Skis quasi hinmache. Das ist so ein bisschen, ich meine, Nathan ist ja so ein richtiger Autofanatiker, was vielleicht daran liegt, dass er eine Autofirma hat. Aber Nathan ist so jemand, der liebt Autos. Und ich dachte mir so, naja, gut, vielleicht mag er auch Boote. Boote, Boote, Boote. Und ja, habe dann einfach ein paar Boote noch hingestellt. Vielleicht sind Boote ja auch eher so Edens Ding, wisst ihr? Dass sie sagt, ja, sie damit Boote oder so. Das sind alle, die gehören alle ihr oder so. Ich weiß es nicht. Ist mir auch egal. Ich dachte mir nur, reiche Leute haben Boote und deswegen habe ich jetzt Boote hingemacht. Ja. Unten drei. Und es werden gleich noch, darüber wird gleich noch ein Boot gestapelt. Das seht ihr gleich. Dann sieht das auch wieder so ein bisschen so aus, als hätte man hier zwei Etagen. Und ja, wie gesagt, kein Plan ab, wie wir nutzbar sind. Keine Ahnung, wie die hier unten hingekommen sind, weil in den Fahrstuhl passen sie nicht. Keine Ahnung, wie sie, wenn wir das denn irgendwie überhaupt schaffen, mit nach Sulani kommen, weil, wie gesagt, in den Fahrstuhl, das wird schwierig und das heißt, man müsste sie erst durch die Tür hieven auf den, oder man könnte sie vielleicht mit einem Auto weg transportieren. Ich weiß es nicht, aber egal. So, da habe ich den Tisch schwarz gemacht. Das war ja, hat jemand gesagt, dass der Tisch nicht hochwertig aussieht und dachte ich mir, mache ich das mal so schnell zwischendurch. Keine Ahnung, wieso ich gerade in dem Moment darauf gekommen bin, aber wir sind zurück bei unseren Liga, äh, Liga-Booten. Bei unseren lieben Booten, wollte ich eigentlich sagen, aber habe es nicht, weil ich schon wieder komplett verwirrt bin. Und, ähm, ja, Boote, Boote, Boote. Dachte mir, das passt ganz gut. Ich habe gedacht, wir machen vor allem neutrale Farben, also schwarz und weiß, aber wollte auch eine knallige Farbe, weil ich das so cool finde, ne? Ich meine, wer hat schon so ein windgrünes, knalliges Boot und oben wird, glaube ich, ich glaube, ich werde die Farben noch ein bisschen tauschen, aber wir werden auf jeden Fall noch so ein knalliges, rotes Boot haben und, ähm, ja. Da oben mache ich jetzt so ein cooles, so ein cooles Brett hin, dass wir dann auch eins ausstellen können und das ist quasi so die Grundidee dieses Zimmers. Das ist so ein bisschen so ein Ausstellungszimmer, so ein bisschen aber auch funktional, weil wir halt eben Fahrzeuge hier drin stehen haben, die nicht Autos sind und ich habe es tatsächlich doch noch geschafft, eine kleine Sitzgelegenheit hinzubauen, auch wenn die sehr ungemütlich aussieht, aber immerhin ist sie da. Und, ähm, ja. Dementsprechend hat der Raum eigentlich die Funktion erfüllt, die ich wollte und, ähm, jetzt kommen noch ganz viele Fahrräder und die stellen wir gleich gerne nebeneinander. So. Äh, wusste ich nicht, ob ich es in die Mitte stelle, aber das sah irgendwie zu krass aus in der Mitte, so ein bisschen so too much und ich werde gleich auch noch, ähm, eine Plattform, um die zu erhöhen, hinbauen und dann haben wir gerade noch fünf Fahrräder. Es werden aber, glaube ich, mindestens sechs. Ich glaube, ich stelle da noch ein weiteres hin, weil ich die noch ein bisschen näher aneinander pappe, aber, ja, das ist so erst mal, ach nee, es sind ja schon, es sind sechs, okay. Habe ich mir gerade verzählt, ne, zählen ist auch schwierig. Ähm, das habe ich das letzte Mal, keine Ahnung, wann gemacht. Dementsprechend habe ich es vielleicht wieder verlernt. Nee, aber es sind sechs Fahrräder. Dementsprechend ist für jeden eins dabei, außer für den Butler, aber, ja gut, der hat vielleicht sein eigenes Fahrrad. Und, ähm, ja, das ist grundsätzlich, that's it. Das ist, äh, so ein bisschen der Raum. Hier passiert jetzt nicht mehr so viel. Und wenn wir mit dem fertig sind, in so ein paar Minuten, gehen wir dann nach oben. Da habe ich nämlich gesagt, habe ich noch ein bisschen was umgebaut. Und, ich war nicht sehr gehypt von dem Update. Das muss ich zugeben, ich war nicht so alle so, oh mein Gott, es gibt jetzt Seen und Teiche und bla. Und, ähm, ich war so, kann man in den Seen auch schwimmen? Die Antwort ist nein. Kann man nicht. Äh, dementsprechend war ich immer so ein bisschen so, oh, naja gut, braucht man ja jetzt nicht. Aber, ich muss zugeben, was extrem cool ist, es gibt jetzt, so, Seetiere. Also, es gibt jetzt Fische. Wie rede ich denn heute? Also wirklich, es gibt jetzt Fische, die im See schwimmen. Und es gibt Enten und, äh, Schwäne. Und ich dachte mir, und Glühwürmchen und Libellen, genau. Und ich dachte mir so, ja, ich hab mir einfach nur, ja gedacht, es gibt auch Alligatoren, aber das fand ich jetzt ein bisschen overkill, to be honest. Aber ich dachte mir einfach nur so, toll. Und hab einfach mal den gesamten See jetzt mit Glühwürmchen und Libellen zugebappt und hab auch ein Schwanpärchen da drauf gesetzt. Und ich find's so unfassbar süß. Ohne Witz. Ohne Witz. Ich find's so unfassbar süß, da einfach Schwäne rumzuschwimmen, also rum, also rumschwimmen zu sehen. Ihr wisst, was ich meine. Das ist unfassbar süß, aber wirklich. Und, ähm, keine Ahnung, das finde ich, das ist wirklich eine coole Sache, vor allem auch mit dem Glühwürmchen. Ich kann mir richtig gut vorstellen. Jetzt sind's sieben Fahrräder. Oder sind's nur sechs? Man kann das so schlecht zählen von hier mit der Schnelligkeit. Eins, zwei, drei, vier, nein, es sind sechs. Also waren's höher auf fünf? Also heute ist los, ne? Ja gut, also jetzt haben wir anscheinend sechs Fahrräder. Vorher waren's anscheinend nicht sechs. Hm, merkwürdig. Vielleicht hat er auch eins gelöscht zwischendurch, weiß ich nicht. Jedenfalls. Ich wollte gerade, worauf ich hinaus wollte. Na, da seht ihr auch, da habe ich versucht, das hochzuschieben, das hat's wieder runtergepappt. Irgendwie mega nervig, aber egal. Ähm, ja genau. Ich wollte jetzt darauf hinaus, äh, dass der See jetzt Libellen und Glühwürmchen und so hat und hab das zugepappt und ich kann mir richtig gut vorstellen, dass wenn man so an einem Abend, später Frühlingsabend, so, man hat so 25 Grad draußen, vielleicht ein bisschen weniger, und man sitzt so schön an einem Teich auf dem Steg und hat um sich rum so Libellen, die Sonnen und Glühwürmchen. Ah, da gehe ich, da geht er, das ist wirklich nice, das ist so nice, wirklich, und der Schwan, der macht, äh, weil er da irgendwie so, keine Ahnung, I'm sorry, ähm, aber das ist so, ich weiß nicht, ich finde das so, so cool, also jetzt bis auf den Schwan vielleicht irgendwelche komischen Geräusche von sich gibt, aber er sieht wenigstens schön aus, so, ähm, äh, egal. Ja, aber ich kann mir echt vorstellen, dass das so richtig, richtig schön ist Ding wird. Ich glaube, neben ihrem Zimmer ist das der Ort, wo sie sich so richtig oft aufhalten wird, am See. Ich glaube, das ist wirklich voll ihr Ding. Also, also, hands down, aber das ist so cool, also das ist, ich bin kein Mensch, der gerne in die Natur geht und so, aber da würde ich auch jeden Tag abhängen. Das ist so, so ein See auf so einem Steg und dann hast du wirklich Libellen und Glühwürmchen, bin ich ja sowieso voll für, das ist einfach nur cool. Und dementsprechend habe ich mich, ähm, doch mehr gefreut, als ich anfangs dachte über dieses Update. Ich dachte halt, naja, gut, sehen, kommt jetzt ein bisschen spät. Ich habe hier gerade schon den Poolsee gebaut, aber im Endeffekt, ich bin doch ganz froh, dass es jetzt diesen, diesen See gibt, so, also diese, 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 ähm, die, die Objekte auf dem See. Ihr werdet das noch sehen, wie das aussieht, das mache ich ja auch im letzten Bild, natürlich, also das mache ich nicht auf Screen mit den Sachen, aber ich freue mich wirklich, dass Shirley dann ab und zu mal abhängen kann, so die schönen, heißen Frühlings- und Sommernächte am See mit ihrem Freund, also späteren Freund, Anfangs ist es ja nicht unbedingt ihr Freund, er ist ja eher, ähm, eher mit Eden befreundet, aber es ist, es gibt ja dann eine kleine Love Story zwischen denen, da freue ich mich auch schon sehr drauf und, ähm, ja, ich denke, das wird ganz cool. So, ich habe das Ganze hier noch ein bisschen leuchtend gemacht, wie ihr seht, mit den Spiegeln, hier oben auch und damit sieht das Ganze wieder ein bisschen edler aus, weil Leuchten ist immer so, also für mich sind Sachen, die leuchten, verbinde ich immer direkt mit Edel und krass und dementsprechend dachte ich mir so, ja, machst du das auch, das ist ganz cool. Und noch ein paar Lampen, das muss natürlich auch sein, dass es auch hell ist und ich glaube, die Sitzgelegenheit machen wir jetzt nicht mehr, sondern in der nächsten Folge oder wir machen sie jetzt doch noch. Okay, vergesst, was ich sage, es ist einfach alles sinnlos. Ich, äh, kann mich an gar nichts mehr erinnern, ich habe Demenz. Ne, aber ja, ich dachte echt, wir machen sie in der nächsten Folge. Okay, wir haben es doch in der Folge gemacht, da ist die Sitzgelegenheit und ja, es geht, geht es jetzt schon zum Sehen? Nein, wir machen jetzt hier draußen, das habe ich ja auch schon angekündigt, diese, ähm, die, 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 die Vorderfront ein bisschen neu und auch die Seiten, weil ich das habe ich in einem anderen Video gesehen und so in einem Step by Step und dachte mir, das sieht irgendwie besser aus. Es sieht irgendwie ein bisschen hochwertiger aus, wenn ihr versteht, was ich meine, mehr nach Menschen, was es ja ist, das ist ja kein, kein Kindergarten hier, das ist ja eine Menschen und dann dachte ich mir so, wie machen wir das so, weil das sieht irgendwie ein bisschen hochwertiger aus. Ich habe die ganzen Bäume dort entfernt, die sahen sowieso eher nach so einer nicht ganz so tropischen Villa aus, wie wir sie doch haben, weil es ist ja doch sehr tropisch geworden, letztendlich und, ähm, ja, habe das dem dementsprechend nochmal ein bisschen verändert, auf beiden Seiten natürlich und ich glaube, das wird in der nächsten Folge weitergeführt, genau. Dann danke ich euch fürs Zusehen und wir sehen uns in der nächsten Folge, habe ich voll verquatscht jetzt. Bis zur nächsten Folge, danke fürs Zusehen, macht es gut und ciao! Ciao!